Hallo, da sind wir mal wieder, Jan und Scar aus Straßburg, live von der allerersten Sitzung der neuen Legislatur. Genau. Juhu! Hey, Zeri, was machst du bei dir? Ich bin doch jetzt auch neu gewählter Abgeordneter. Wie war denn so deine erste Woche hier? Geil! Ja. Sauber. Was machst du? Total aufregend. Es sind schon viele, viele Sachen passiert. Geil! Ja. Ich bin in ganz spannenden Ausschüssen. Sauber. Ich bin sehr gespannt, wie das hier alles so wird. Geil! Ja. Ja, es ist ein Grundsatzproblem, das wir hier offenbar haben. Das sind wir jetzt. Geil! Was können wir damit bewegen, Scar? Ja, wir haben diese Woche schon ordentlich Aktionen gemacht hier bei... Geil! Ich glaube nicht, dass wir nicht in Uniformität sind. Ich glaube in Diversity. Das geht ja wohl gar nicht. live im Internet übertragen. Also da könnt ihr uns auch zuschauen. Geil! Ab sofort immer mit Terry mit herbei. Juhu! If we want to make the European project work, we have to be passionate and courageous.